Julius Hans von Tümmel war ein Jurist und Politiker im Königreich Sachsen. Er war sächsischer Finanzminister und von 1891 bis 1895 Vorsitzender des Gesamtministeriums. Leben und Wirken Tümmel war Sohn des Oberforstmeister Ernst von Tümmel und Enkel des Ministers Hans Wilhelm von Tümmel. Er studierte Rechtswissenschaften an den Universitäten in Jena, Heidelberg und Leipzig. Er war Angehöriger des Korps Franconia Jena und späteres Ehrenmitglied des Korps Lusatia Leipzig. Nach erfolgreichem Abschluss seines Studiums trat er in den sächsischen Staatsjustizdienst ein. Im Jahr 1859 wurde er zum Vortragenden Rat und Abteilungsdirektor im Finanzministerium ernannt. In dieser Funktion war er an der Aushandlung und Unterzeichnung der Handels- und Zollverträge in den 1860er Jahren beteiligt. Mit dem Titel Geheimer Finanzrat war er ab 1867 Bevollmächtigter des Königreichs Sachsen zum Bundesrat des Norddeutschen Bundes. Am 17. März 1890 wurde er als Nachfolger von Leons von Könneritz zum sächsischen Finanzminister ernannt. Mit Wirkung zum 1. Januar 1892 übernahm er zudem die Nachfolge des verstorbenen Vorsitzenden des Gesamtministeriums Karl von Gerber. Beide Ämter hatte er bis zu seinem Tod im Februar 1895 inne. Er wurde auf dem Friedhof Nöpnitz beigesetzt. Ehrungen 1865 verlieh ihm König Johann das Ritterkreuz des Albrechtsoddens. 1865 verlieh ihm Königreichs Sachsen